Herzlich Willkommen zu einem neuen Projekt, der Planer Landwirtschaft, jawollah! Man sieht, ich habe dieses Spiel noch nie gestartet, ich bin gerade nur einmal beigegangen und habe hier die Einstellung gemacht, alles so hochgedreht und Ton und Musik leiser gemacht. Sonst nichts, habe ich nichts gemacht heute, gar nichts, nein! Ja, ich habe dieses Spiel vorhin entdeckt und denke mir so, hmm, das hört sich doch gar nicht schlecht an, wir wollten schon immer mal Landwirtschaftssimulator eigentlich spielen, außer dieses Letztest. Und ich habe mir gedacht, das ist doch auch was, ja. Ich würde sagen, wir starten einfach die Karriere, oder? Karriere. Mal gucken, was passiert, ne? Hallo, mein junger Freund. Du bist also endlich eingetroffen, um das Erbe deines Großvaters, Gott hab ihn selig, anzutreten. Aha. Äh, weiter. Ich habe über 40 Jahre lang auf dem Hof deines Opas gearbeitet. Erst als Knecht und später habe ich ihm dann bei dem Ganzen drumherum geholfen, als er nicht mehr so richtig konnte. Okay. Nun ja, über die Toten nichts als Gutes. Aber dein Opa war kein Knabe von Traurigkeit. Nee, war er wirklich nicht. Böse Zungen behaupten, er habe einen Großteil seines Vermögens in die Dorfkneipe gebracht und nicht mehr mit rausgenommen. Okay, also ein kleiner Sufi. Und er soll Umgang mit Damen gehabt haben, die einem zwielichtigen Treiben nachgehen. Vor allem die Inge von Schriebershof damals. Da wurde ja gemunkelt, dass... Aber lassen wir das. Ist ja Schnee von gestern. Das würde ich auch sagen. Mich interessiert das eigentlich nicht, was mein Großvater gemacht hat, ja? Also, ich möchte ihn einfach gerne im Kopf behalten. Lange Rede, kurzer Sinn. Opa hatte nicht mehr allzu viel Knete unter der Matratze, als alles immer teurer wurde. Das lag übrigens am Euro, hat er gesagt. Mit der D-Mark wäre das nicht so gekommen, hat er gesagt. Ja, das sagen die heute immer noch die Leute. Die Bank hat das nicht so richtig interessiert, was dein Opa zu der Misere gesagt hat. Also haben sie ihm allen Krims und Krams unterm Hintern weggepfändet und verscherbelt. Okay. Das hat dem Opa dann wohl auch den letzten Nagel in den Sarg getrieben. Das würde ich wohl auch mal sagen. Und als er dann so auf dem Sterbebett vor sich hin lag, da brannte auch noch sein letzter Stall ab. Brandstiftung hat die Polizei erst gemunkelt. Die haben aber nicht rausbekommen, wer oder was das nun genau war. Schlussendlich hat die Versicherung dann doch noch gezahlt. Deswegen ist auch noch ein bisschen Geld auf der hohen Kante. Okay, 250.000. Euro. Es wäre schön zu sehen, wenn der Hof wieder im alten Glanz erstrahlen würde. Wie damals in den Wirtschaftswunderjahren. Ja, werden wir doch mal probieren, oder? Wir sollten keine Zeit verlieren. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Wenn du bereit bist loszulegen, dann wähle dein Farmhaus aus. Okay, Farmhaus. Kleines Farmhaus. Also, du Langschläfer. Wir stehen hier mit den Hühnern auf. Das bist du wohl aus der Stadt nicht gewohnt. Also los. Als erstes brauchst du einen Hof erstmal ein paar Zusatzgebäude. Ein Dach über dem Kopf für deine Traktoren, Güllewagen und anderen technischen Schnickschnack. Und für deine Knechte, Mägde und den restlichen Hofstaat brauchst du natürlich eine Unterkunft. Okay. Hier neben dem Farmhaus sieht es ganz gut aus mit dem Bauen. Das Grundstück gehört dir. Das konnten sie dem Opa nicht auch noch abluchsen, diese Pfennigfuchser. Pfennigfuchser? Das heißt Eurofuchser. Okay, wir sollen jetzt da unten draufklicken. Also, fangen wir mal mit der Unterkunft für deine Arbeiter an. Wähle das Haus aus der Liste aus und dann kannst du es platzieren. Wenn das Haus grün leuchtet, kannst du es platzieren. Wenn es rot ist, dann ist dort kein guter Platz zum Bauen. Mit der Taste C kannst du das Gebäude drehen. Baue möglichst platzsparend, sodass noch Raum für andere Gebäude bleibt. Okay, kaufen. Hier ist Scheiße. Hier wäre gut. Und mit C können wir es so drehen. Okay. Bom. Wir können die Karte jetzt nicht ziehen oder so. Na gut, dann stellen wir das einfach da hin, würde ich sagen. Aha, schon fertig? Du bist ja ein ganz Flinker. Ja. Na, na, na. Hier bei uns wird nicht gehetzt. Wir sind ja auf der Arbeit und nicht auf der Flucht. Das stimmt. Nun brauchen wir noch einen, einen, wie nennt ihr, steht da das? Äh, Karlford, Karl, Kopf, Karl, Kort. Nein, äh, ich hab's. Carport, so sagt ihr doch zu einer Garage, oder? Was ich sehr geil fand am Anfang, man konnte auch die Sprache auf Hochdeutsch und alles sowas stellen. Also schon sehr cool gewesen. Carport oder sowas. Okay, hierhin. Kleine Garage. Kaufen. Kleine Garage. Ja, nee, ist klar. Ah, mit S können wir das verschieben. Würde ich einfach mal sagen. Warum kann man das da jetzt nicht hinstellen? Das verstehe ich nicht. Das, der Platz ist, ah, doch so geht's. Okay, so geht's nicht. Da finde ich ganz okay. Da bauen wir das hin. Nun denn, das dauert hier ja noch ein bisschen, würde ich sagen. Ja. Die hier auf dem Bau waren noch nie die schnellsten. Das hat es früher auch nicht gegeben. Schau, die trinken ja vor dem Mittag. Nee, nee, nee. Ich muss den Meister drüber reden. Vor dem Mittag? Können wir das Wetter nicht mal schön machen hier? Okay, 200.000 haben wir noch über. So, hat er fertig. Ach, zoomen können wir auch. Gar nicht schlecht. Wenn jetzt der Regen weg wäre, wäre er noch angenehmer. Was kann man denn hier oben? Eine Sache noch. Okay. Einige Gebäude brauchen Strom. Der kommt hier zwar aus der Steckdose, aber in die Tasche greifen musst du dafür schon. Soll auch nicht so ein Kernkraftmist sein, meint die Erika von den Schusters. Der Heiner von den Rickens, dem sein Schwager, weißt du, der hat sich auch schon so einen Riesenventilator auf die Weide gestellt. Er sagt, damit spart man ordentlich was. Aber war wohl auch nicht ganz billig. Wie auch immer. Da kommen wir irgendwann später vielleicht nochmal drauf. So ein Ventilator. Leute, wie geil. Absolut gut, das Spiel bis jetzt. Wenn du so ein Gebäude wieder loswerden willst, dann kannst du es übrigens auch ganz einfach wieder abreißen. Einmal mit der Abrissbirne aus dem Nachbardorf drüber und rums. Das solltest du jetzt gerade aber besser lassen. Ja, würde ich auch sagen. Falls du mal keinen Platz mehr zum Bauen hast, dann kannst du auch schauen, ob es irgendwo noch Bauland zu kaufen gibt. Okay. Okay, ich habe jetzt da oben die Frames-Anzeige drüber. Ich will nochmal ganz kurz auf Einstellungen gehen. Ich glaube, dass er Sprachlautstärke etwas leise ist. Machen wir mal so. Ne? Dass das vielleicht etwas besser passt. So, was sollen wir denn jetzt machen? Gebäude, Unterkunft. Da bist du ja wieder. Wir müssen uns nun mal um die Traktoren kümmern. Ja, äh. Das gehört doch mit Sicherheit so. Äh. Abreißen. Ja, um die Traktoren kümmern. Kann ich doch gar nicht. Achso, ich soll weiter drücken. Du musst auch zusehen, dass dein ganzer Fuhrpark in der Garage unterkommt. So ein Mähdrescher ist schon ein bisschen größer als eine Schippe. Wenn es zu eng wird mit dem Platz, dann kannst du auch versuchen, die Fahrzeuge hier anders einzuparken. Oder sie in eine andere Garage zu schieben. Okay. Nun aber ran. Wir brauchen erstmal einen Traktor und einen Pflug. Ansonsten kannst du das mit dem Anpflanzen hier vergessen. Also, kauf dir direkt mal neue Fahrzeuge. Okay. Du kannst dir hier entweder einen schicken neuen Traktor kaufen. Oder du schaust auf den Gebrauchtmarkt, ob die was Passendes haben. Die Angebote wechseln dort regelmäßig. Allerdings sind die alle nicht mehr so hundertprozentig in Ordnung. Und haben schon ein paar Jährchen auf dem Puckel. Wenn du ein Fahrzeug auswählst, dann kannst du dir das auch genauer anschauen, was das so bringt. In KMH und so. Okay. Drücken wir erstmal auf weiter. Dann besorge dir mal einen Traktor. Ein kleiner sollte für den Anfang ausreichen. Und einen Pflug. Sieh zu, dass du nicht direkt zu viel Geld auf den Kopf haust. Also, Zuverlässigkeit 100%, Geschwindigkeit 36 kmh, 5000 Euro. Kaufen. Haben wir. Und einen Pflug. Zuverlässigkeit 100%, Breite 5 Meter, 2500 Euro. Kaufen. Zwischendurch solltest du auch mal zusehen, wie es um deine Vehikel bestellt ist. Die nutzen sich ja auch ab und funktionieren dann nicht mehr so zuverlässig. Okay. Du hast dann einer deiner Leute dran, der sich mit sowas auskennt, um sie wieder zusammen zu flicken. Okay. Haben wir. Und jetzt da drauf. Ja, würde ich auch sagen. Okay. Dann kannst du ein paar neue hier auf den Hof holen. Okay. Arbeitsmarkt. Dann solltest du zusehen, dass du mit denen auch was anfangen kannst. Also, wenn du, sagen wir mal, nicht willst, dass dein Knecht versucht, den Stier zu melken, dann solltest du zusehen, dass der gut mit Tieren umgehen kann. Okay. Chantal kann in dem Sinne Feldarbeit einigermaßen, Maschinen auch so einigermaßen kosten im Monat 500. Er kann Feldarbeit auch mittelmäßig, Viehzucht mittelmäßig ummaschinen, gut. Dann Feldarbeit, Viehzucht, okay. Das Gute ist aber, dass deine Jungs und Mädels mit der Zeit besser werden, wenn sie was zu tun kriegen. Okay. Und natürlich musst du auch zusehen, dass das Geld in den Taschen von denen stimmt. Wenn du nicht genug bezahlst, dann werden sie mit der Zeit unzufrieden und fangen an zu schludern. Und dann hauen sie irgendwann ab. Einfach so. Also, sieh zu, dass sie nicht zu unzufrieden werden. Stelle nun zwei Arbeiter ein. Am besten einen für Feldarbeiten und einen, der sich um deine Viecher kümmern kann. Okay. Also, ein Feldarbeiter und ein... Äh, Dingens. Feldarbeit. Naja. Naja. Der ist zum Beispiel gut für Viehzucht. Aber so... Oh, Feldarbeit. Mhm. Hm. Er kann aber Feldarbeit und Maschinen reparieren. Also kann er erstellen, den. So, und jetzt brauchen wir noch einen für Viehzucht. Und den für Viehzucht. Der ist ja recht gut. Wo der eigentlich Feldarbeit und Viehzucht und Maschinenbau eigentlich sehr gut ist. Aber dann nehmen wir den für Viehzucht. So, so. Neue Besen kehren gut. Mal schauen, wie das hier nun mit den Neuen so läuft. Ich kann ja hier nicht alles alleine machen. Okay. Dann können wir das wahrscheinlich hier schließen. Da steht auch immer Aufgabe, Arbeitskräfte, bla bla bla. Wir sollen jetzt hier aufs Häuschen klicken. Häuschen. 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 Wir sollen uns mal um die Tierhaltung hier kümmern. Ein paar Milchkühe sorgen für regelmäßiges Auskommen mit dem Einkommen. Okay. Man erntet, was man sät. Allerdings muss man dafür eben zuerst was aussehen. Das Feld liegt brach. Also wirst du es zuerst einmal pflügen müssen. Nun kommt dein neuer Traktor zum Einsatz. Juhu. Wir setzen ihn in den ersten freien Fahrzeugslot ein. Einfach auf den Slot klicken und dann das Fahrzeug herüberziehen. Ach, ich wünschte alles hier wäre so einfach. Pflügen. Den Pflug kannst du als Erweiterung dann in den zweiten. Und jetzt rufst du einfach laut Hüaah. Und alles geht wie von selbst. Nein, im Ernst. Du musst natürlich auch einem Arbeiter die Aufgabe geben, den Traktor zu fahren. Ziehe einen Arbeiter in den Traktor. Äh, in den. Haben wir. Okay. Ah, da fährt er. Mein Traktor! Oh, Entschuldigung. Wo fährst du hin? Ich will das sehen. Also bis jetzt sagt mir das Spiel sehr, sehr zu. Ich finde es lustig, wenn ich ganz ehrlich bin. Ah, mit der Maus können wir schwenken. Schon lustig. So, dann müssen wir öffnen, Baumenü. Lass mal hier so ein bisschen schwenken, dass man hier den Hof mal richtig sieht. Kleine Garage, kleiner Kuhstall, kleine Unterkunft. Das haben wir. Kleiner Kuhstall. Kaufen. Kuhstall. Kuhstall gehört doch gleich neben die Wohnung von den Leuten, oder? Kuhstall. Hm. Wieso passt das zum Beispiel da jetzt nicht hin? Das verstehe ich nicht so ganz. Habe ich den falsch rumgestellt? Irgendwie müssen wir da hinterher ganz schön viel Platz lassen, wenn ich ganz ehrlich bin. Mal, da geht's jetzt gar nicht. Weil da ein Tor ist. Scheiße. Ich weiß nicht, wie man andersrum scrollt. Also machen wir es so. Ja, wir müssen trotzdem dahinter irgendwie Platz lassen. Dann stellen wir den so hin. So, kleiner Kuhstall. Pro wird gebaut. Da oben sieht man jetzt auch Feldarbeiten. Dass der da schön am Arbeiten ist. Und wie weit er in dem Sinne ist mit Flügen. Cool, Bauarbeiten. So, Gebäude fertiggestellt. Kleiner Kuhstall. Äh, Feldwirtschaft. Kleiner Hagenfeld. Umgepflügt. Ja, da ist er ja bei. Ja, das wird wohl auch noch ein bisschen dauern. Ja, bin ich mal gespannt, wie das aussieht. Ring-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding. Wir kriegen einen Kuhstall. Und dann werde ich euch alle da reinstellen und euch melken lassen. So. Bin ich mal gespannt, was da gleich sagt, der alte Fachchefarbeiter hier. So, jetzt baue ich den Kram hier wieder ab. Ihr müsst verschwinden. Sieht ja schon alles sehr cool aus, muss ich wirklich sagen. Also mir gefällt es bis jetzt. Ich finde das cool mit der Anleitung und so von dem Typen. Ich habe es mir ja gar nicht vorher angeguckt. Gar nicht. Das ist jetzt ein komplettes Plein. Ich habe mich nicht spoilern lassen. Schau dir mal den neuen Kuhstall genauer an. Da kannst du dann auch direkt mal fünf Kühe kaufen. Die sollten für den Anfang reichen. Okay, jetzt ziehen wir das da oben hin. Kuhstall. Und kaufe fünf Kühe. Hat er gesagt. Ja, dann machen wir das. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Du kannst im Stall auch sehen, wie es dem einzelnen Tier so geht. Wie viel Milch es produziert und wie alt es ist. Eine Kuh gibt nur gut Milch, wenn sie vor kurzem ein Kälbchen hatte. Und im Winter wird es dann auch weniger. Irgendwann solltest du dann altes Vieh auch verkaufen. Übrigens, wenn die Tiere mal krank sind. Solltest du den Tierarzt in deinen Stall rufen. Ja, das ist wohl logisch, ne? Du brauchst auch jemanden, der sich rund um die Uhr um die Tiere kümmert. Je voller der Stall, desto mehr Leute brauchst du auch dafür. Das schafft einer alleine nicht mehr wirklich. Drück mal auf den Knopf mit dem Kopfsymbol. Dann siehst du deine Arbeiter und kannst sie hier rüberziehen. Wenn sie für einen Job als Tierpfleger geeignet sind. Da hatten wir Viehzucht. Ja, den da. So, nun heißt es zunächst mal abwarten, bis deine Kühe 1000 Kilogramm Milch produziert haben. Okay. Dann zeige ich dir, wie du aus der Milch harte Münze machen kannst. Harte Münze. Okay, produziere 1000 Kilogramm Milch. Zwei Kühe besamen Falkenhagener Feld umflügen. Okay. Und wie sehe ich jetzt, wie viel Milch schon produziert worden sind? Das können wir ja schon mal weg machen. Oder? Wir sollen ja auch Kühe besamen. Stand da ja. Steht ja hier. Zwei Kühe besamen. Ja, wie mache ich das? Abreißen. Das ist ja die immer so übereinanderlegt. Das finde ich ein bisschen doof gerade. Wie kann ich denn hier meine Kühe besamen lassen? Kruh Details. Ah. Doris oder Gabi? Gabi. Josefine und Linda und Linda. Zweimal Linda. Dann wären wir eine Linda doch. Biamen. Produktion 37,4. Also er hat ja vorhin gesagt, wenn sie weniger produzieren, dann soll man sie besamen lassen. Und am wenigsten ist Doris und Linda. Linda zwei. Ne? Ja, dann würde ich sagen, besamen wir die auch. Besamen. So, haben wir. Dann haben wir das auch erledigt. Gut. Können wir das zumachen. Und nochmal gucken, was ich der Traktor mache. Der Traktor ist dann gleich auffällig. Wunderprächtig. Wie weit kann man eigentlich rauszoomen? Wir haben jetzt ja ziemlich dicht immer geguckt. Da können wir noch Feld. Falkenhager Feld umpflügen. Ja, da sind wir ja bei. Kleines Saatverkommen. Okay. So, nun heißt es zunächst abwarten und in Kuhbestand tausend Dingens. Ja, ja, gut. Aber wie viel Milch ich jetzt habe, sehe ich immer noch nicht. Verbrauch 0,5. Bilanz minus 20 kW. Ja, wie viel KW haben wir denn? Das ist ja auch alles ganz okay. Jetzt müssen wir jetzt erstmal gucken hier. Milch. 30 Tonnen haben wir. 30 T. Wie viel brauchen wir? Produziere 10.000 Kilogramm Milch. Oh, dann warten wir mal noch. Der will uns das wohl schon sagen. So, die Feldarbeit kommt zurück. Ja, also, dein Feld ist jetzt gepflügt. Ja. Nach dem Pflügen kommt immer die Saatbettbereitung. Okay. Darum das gleiche Spiel nochmal. Schicke deinen Traktor zur Saatbettbereitung auf das Falkenhagener Feld. Aber Achtung. Du brauchst diesmal wieder einen neuen Anhänger an deinem Traktor dafür. Den kannst du dir entweder neu kaufen oder auch in der Menüansicht des Feldes mieten. Ganz wie du willst. Ja, Leute. Ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Und schreibt bitte in die Kommentare, wie ihr das Produkt findet oder wie ihr das Spiel findet. Könnt ihr auch nur einen Daumen hoch geben oder einen Daumen runter. Wenn ihr das nicht so toll findet, am besten nicht unbedingt Daumen runter. Sonst, äh... Ja, das ist immer ein bisschen doof. Dann schreibt es immer in die Kommentare. Das Spiel ist doof. Ja, ich würde es auf jeden Fall sehr gut finden, wenn ihr mir darüber berichtet, ob wir dieses Spiel weiterspielen oder ob wir es bleiben lassen sollen. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Und ich sage vielen, vielen Dank fürs Einschalten bei der Planer Landwirtschafts... Landwirtschaft? Und bis morgen dann und jeden Tag um 13.30 Uhr erstmal. Bis die Tage. Tschüss. Euer Glabur. Bis zum nächsten Mal.